Mit den fortschreitenden Impfungen in Deutschland häufen sich die Beobachtungen von Impfschäden und sogar von Todesfällen, die zumindest in einem zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen stehen. Nun ist am 11.03. bei der Staatsanwaltschaft in Baden-Baden eine sehr detaillierte Strafanzeige eingegangen. Herr Rechtsanwalt Elmar Becker wird diese heute mit uns etwas genauer beurteilen und erläutern. Mein Name ist Tina Romdani. Herzlich willkommen bei Klagepaten TV. Hallo Elmar. Elmar, du bist schon ein häufiger Gast bei uns bei Klagepaten TV. Sprich, ich brauche dich hier gar nicht mehr groß vorstellen. Du stehst uns als Anwalt mit Rat und Tat schon seit vielen, vielen Monaten zur Seite. Und mir ist es wichtig, über diese Strafanzeige zu sprechen. Die findet ihr übrigens auch unten verlinkt. Dort findet ihr auch einen Link mit unserer Kontonummer für Spenden und eben auch den Button zum Teilen, Liken unserer Inhalte. Und genau diese Unterstützung brauchen wir von euch, um solche Sendungen, wie wir es heute haben, möglich zu machen. Ich bedanke mich herzlich bei euch. So, Elmar, jetzt zu dir. Hallo, ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo Tina, ich freue mich auch. Elmar, die Strafanzeige, über die wir heute sprechen, umfasst 50 Seiten plus einige, viele Seiten noch an Argumentationen. Darf ich dich fragen, wer hat bei dieser Strafanzeige alles mitgewirkt? Ja, eingereicht hat sie Tobias Schmidt, Patientenvertreter, mitgewirkt haben. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an die hochrangigen Wissenschaftlerinnen, die Uta, die Susanne, ja, und auch die Johanna. Und ich hoffe, ich habe keine vergessen. Sie sind in dem Thema drin. Sie sind zwei Ärztinnen. Einer ist Wissenschaftlerin, ist Veterinärmedizinerin. Also sozusagen in den Fußstapfen von Herrn Wieler und auf Augenhöhe mit ihm. Dankeschön. Auch von uns unseren Dank an alle Mediziner und Anwälte von Anwälten für Aufklärung, für Ärzte für Aufklärung, die da so intensiv zusammenarbeiten. Jetzt muss ich es leider vorne wegnehmen. Die Strafanzeige, die wir hier jetzt im Detail besprechen, wurde mit einem Satz von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden abgewiegelt. Ich zitiere, Ihre Strafanzeige vom 11.03.2021 habe ich mangels Anfangsverdachts keine Folge gegeben. Ohne jetzt erstmal näher auf die Anzeige einzugehen. Wir haben ein Werk von 50 Seiten plus, sprich insgesamt sind es 86 Seiten, die eingereicht wurden. Darf eine Staatsanwaltschaft, eine so wichtige, tragende Strafanzeige überhaupt in einer so kurzen Zeit nicht weiterverfolgen, einstellen? Man hat das Gefühl, in dieser Zeit hat man gar nicht die 86 Seiten lesen können, geschweige denn sich inhaltlich damit auseinandersetzen. Ja, liebe Tina, in der Tat, die Anzeige, die wir am Donnerstag eingereicht haben, kam schon am Freitagmittag zurück. Und das zeigt mir, wenn ich es mal lustigerweise kommentieren möchte, wie schnell doch deutsche Behörden arbeiten können. Das ist Weltklasse. Das waren, wie du gesagt hast, über 50 Seiten mit einem wissenschaftlichen Anlagenkonvolut. Von daher gut. Auf der anderen Seite dokumentiert das, dass wir es mit einer Staatsanwaltschaft zu tun haben, die weisungsgebunden ist, die kein Interesse an einer sachlichen Aufklärung der ganzen Geschichte hat. Aber ich habe auch eine gute Botschaft. Die nächsten Anzeigen sind schon raus. Und wir von uns aus, Tobias Schmidt als Patientinvertreter und auch die Wissenschaftlerinnen, wir machen weiter. An dieser Stelle nochmal einen ganz schönen Dank an die, die uns unterstützt haben. Die Uta, die Susanne und auch die Johanna. Tolle Wissenschaftlerinnen mit einer Expertise. Eine ist Veterinärmedizinerin, also auf Augenhöhe mit Herrn Wieler. Und die anderen beide sind Ärztinnen. Und die haben uns fachlich so überzeugend beraten. Auch wir haben es dann rechtlich verprobt und einfach gesagt, wenn das so ist, dann haben wir einen Anfangsverdacht. Und wir haben auch den Blick über die Grenzen gerichtet. Was macht Norwegen? Was machen andere Länder? Die haben schon bei den ersten Todesfällen Ermittlungen aufgenommen und Deutschland nicht. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass unsere Anzeige innerhalb eines Tages zurückgewiesen wurde. Und nur vier Tage später musste Herr Spahn quasi einräumen vor laufender Kamera, naja, an der Anzeige ist was dran. Und Lauterbach hat es abends, den hat aber fair nochmals bestätigt, ich glaube so am vergangenen Montag oder am Dienstag, habe ich mir ausnahmsweise das mal angeguckt, dass er einen Zusammenhang sieht mit den Thrombosefällen. Und wenn ich das sehe und es billigend in Kauf nehme, dann habe ich dafür keine Verständnis. Und ich ablehre nochmal an die Staatsanwaltschaft, uns die Hand zu reichen. Wir haben einen Anspruch gegenüber dem Staat auf lückenlose, schonungslose Aufklärung. Denn es geht um Leben und Tod. Und die ganze Pandemie, die hat Frau Merkel auf eine Karte gesetzt, auf die Impfung. Sie hat gesagt, nur wenn alle durchgeimpft sind und natürlich im Merkel-Sprech weltweit, dann ist erst die Pandemie zu Ende. Und jetzt haben wir eine Reihung von Pleiten und Pannen. Und die Regierung und auch die Staatsanwaltschaft, die senden die falschen Signale. Das richtige Signal wäre gewesen, okay, es könnte was dran sein. Keiner will jemanden vorverurteilen. Aber sowohl der Staat als auch die Wissenschaftler, die Ärzte, die müssten ein fundamentales, originäres Interesse daran haben, aufzuklären. Die Strafanzeige wurde quasi innerhalb von einem Tag abgewiegelt. Aber man hat gesehen, der Impfstoff wurde, ein Impfstoff wurde jetzt vom Markt genommen, beziehungsweise die Impfung damit wurde gestoppt. Gibt es die Hoffnung, dass es eben doch greift? Also dass es zwar auf der einen Seite offiziell nicht aufgenommen wird, aber auf der anderen Seite das Signal ankam? Auch wenn man sich als Antwort ein anderes Signal gewünscht hätte? Ja, ich gehe definitiv davon aus. Und diese Anzeige und auch andere, die werden ja durchaus durchgereicht zu den Entscheidungsträgern. Und das sind Signale. Und wir werden, da bin ich ganz sicher, wir werden Patienten finden und hoffentlich, auf dieses Thema gehe ich nachher noch ein, dass es möglich ist, auch Todesfälle zu beweisen, dass sie im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen. Zurzeit wird ja tatsächlich beim Paul-Ehrlich-Institut ein Fall untersucht, wo ein 24-jähriger Pfleger eine Gehirnblutung erlitten hat nach einer Impfung. Und ich gehe fest davon aus, dass hier ein Thrombosegeschehen stattgefunden hat, wie es auch Professor Bakhti und andere beschrieben haben und wir auch in unserer Anzeige, dass es im Zusammenhang mit den Impfungen zu Thrombosen, Schlaganfällen und Herzinfarkten kommen kann. Jetzt ist ja in der Strafanzeige besonders das Thema Impfsicherheit aufgegriffen worden. Dieser Bereich ist sehr wichtig. Wir wissen alle, die Impfstoffe sind in einer sehr kurzen Zeit hergestellt worden. Immer wieder taucht das Wort Notfallzulassung auf, beziehungsweise es wird gesagt, es ist keine Notfallzulassung. Kannst du uns zu dem Status etwas berichten? Handelt es sich jetzt wirklich um zugelassene Impfstoffe? Ist es eine Notfallzulassung? Wie ist man davor vorgegangen? Ja, es handelt sich in der Tat um eine Notfallzulassung, die aber kein Dispens bedeutet für eine Enthaftung, für diejenigen, die das Arzneimittel in den Verkehr gebracht haben. Die Notfallzulassung besagt ganz deutlich, Moment, wir haben das in der klinischen Erforschung gar nicht zu Ende erforschen können. Aber so ungefähr Not kennt kein Gebot. Und hat man, weil man die sonst notwendigen sieben bis zehn Jahre hätte nicht abwarten können und wollen, hat man eine sogenannte, also für mich hochriskante Impfung freigegeben, die im Grunde nicht eine Impfung im klassischen Sinne ist, sondern eine Gentherapie beinhaltet. Etwas, was bisher noch nie angewandt wurde und die damit nach meinem Dafürhalten und im Ergebnis mit dem, was mir die Wissenschaftlerinnen gesagt haben, hoch oder höchst riskant ist. Elmar, bei diesen stark verkürzten Zulassungsverfahren, die ja weit in die eigentliche Impfung hineinreichen, muss man da wirklich von einem Feldversuch an der Bevölkerung sprechen, besonders wenn man jetzt die Folgen hier so tragisch aufgezeigt bekommt? Ja, es ist ein Feldversuch, der an der Menschheit zurzeit durchgeführt wird. Und ich lasse das mal unbewertet. Wenn es aber so ist, dann wäre es zwingend erforderlich, dass wir eine Überwachung haben, eine Surveillance, wie man in Englisch sagt, ein Monitoring macht. Das heißt, ich muss lückenlos das Impfgeschehen beobachten. Diejenigen, die verimpft worden sind, müssen einen entsprechenden Eintrag bekommen. Und es ist zwingend erforderlich, dass in allen Anamnesebögen festgehalten wird, wann und mit welchem Impfstoff die Person geimpft wurde. Damit eine lückenlose Aufklärung überhaupt erfolgen kann, ist es weiter erforderlich, dass alle kritischen Fälle, die eingeliefert werden in der Notfallaufnahme, sofort auf den Blutgerinnungsfaktor hin untersucht werden. Und bei Totenscheinen fordere ich ganz klar, dass der Arzt, der die Leichenschau macht, auch nach einer Impfung gegen Covid-19 fragen muss. Der Gesetzgeber ist nach meinem Dafürhalten aufgerufen, die entsprechenden Weichen zu stellen, damit die von mir und anderen Fachleuten vorgeschlagene lückenlose Aufklärung und auch wissenschaftliche Erforschung auch stattfinden kann. Das wird zurzeit verhindert, siehe die spontane Zurückweisung unserer Anzeige. Und ich sage noch etwas, warum es auch verhindert wird. Es wird verhindert, weil das Paul-Ehrlich-Institut die im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen Verstorbenen gar nicht in seine Akten bekommt, wenn im Totenschein eben nicht vermerkt wurde, dass eine Impfung vor und im zeitlichen Zusammenhang stattgefunden hat. Wenn ich das nicht mache, dann verschwinden die Leute unerkannt und unerforscht. Und das ist für mich ein Skandal. Und das ist auch das falsche Signal, was die Regierung jetzt mit ihren Durchhalteparolen bringt. Nein, es geht nicht um Durchhalten, sondern wenn, dann muss ich die gesamte Bevölkerung aufklären über den Impfschutz, der möglich ist. Und die damit verbundenen Risiken. Nur dann kann jeder Bürger für sich frei entscheiden, okay, mir ist der Impfschutz ausreichend. Ich lasse mich impfen und nehme die mir bekannten Risiken in Kauf. Und das geschieht zurzeit nicht. Jetzt sind in der Strafanzeige gleich mehrere Straftatbestände aufgeführt. Kannst du kurz darauf eingehen, welche Straftatbestände von euch angeführt wurden in dieser Strafanzeige? Ja, in erster Linie haben wir uns konzentriert auf Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz. Und das Arzneimittelgesetz hat aus unserer rechtlichen Bewertung hier den Vorteil, dass ich gar nicht aufgrund eines konkreten Impfradens nachweisen muss, dass dieser Impfstoff gefährlich ist. Sondern im Arzneimittelgesetz, in § 5 und 8 heißt es, dass derjenige bestraft werden kann, der nicht nachweisen kann, dass der Impfstoff unbedenklich ist. Und das ist eine umkehrte Beweislast. Und das hat die Staatsanwaltschaft gar nicht aufgegriffen. Und der Staat ist hier in eine Garantenstellung eingetreten, weil er die Impfung in einer Kampagne vorantreibt. Und dieser Staat haftet nach meinem Dafürhalten jetzt auch dafür, wenn es zu negativen Impfschädefolgen kommt. Und wenn der Staat das nicht tut, Aufklärung verhindert, dann verliert er für mich jedes Vertrauen. Jetzt ist meine Frage in der Strafanzeige. Habt ihr wirklich konkret Geschädigte genannt oder begründet sich das Ganze aus einem Verdacht heraus? Also wie muss man bei einer solchen Anzeige vorgehen? Wir haben keine konkrete Person gehabt, weil es hier nach meinem Dafürhalten in erster Linie um Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz ging. Wir werden aber demnächst konkrete Fälle benennen können, die Impffolgen erlitten haben und die bereit sind, auch Anzeigen zu erstatten. Ich darf an dieser Stelle jeden dazu einladen, uns die entsprechenden Fälle zu geben. Denn wenn wir einen Geschädigten als Anzeigenerstatter haben, dann können wir Ermittlungen erzwingen im sogenannten Klageerzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht. Zurzeit haben wir mangels konkreter Personen, die Impffolgeschäden davongetragen haben, diese Möglichkeit noch nicht. Daher der dringende Aufruf an alle, die einen Impfschaden erlitten haben, diese Impfschäden bei uns zu melden und sich für eine Strafanzeige zur Verfügung zu stellen. Auch der Anruf an alle Angehörigen von Verstorbenen, die die Vermutung haben, dass der Tod im Zusammenhang mit der Impfung steht, bitte bei uns melden. Wir haben im Hintergrund in der Tat Pathologen und Gerichtsmediziner, die bereit wären, eine entsprechende gerichtsmedizinische Untersuchung vorzunehmen. Das, was bisher noch durchgehend verweigert wird. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall deine Kontaktmöglichkeiten noch unter dieses Video. Ich schließe mich den Aufruf an. Bitte meldet euch. Wenn euch etwas komisch vorkommt, beziehungsweise wenn die Schäden und Folgen schon da sind oder gar Schlimmeres, geht in Kontakt mit uns oder eben direkt mit dem Team, das hier diese Thematik ausgearbeitet hat. Jetzt ist natürlich auch ein großer Punkt oder ein Punkt der Strafanzeige die mangelnde individuelle Untersuchung. Gerade wenn ich daran denke, dass das ein so stark verkürztes Zulassungsverfahren war, hat man doch in der Vergangenheit, wenn es um Impfung ging, bei seinem vertrauten Hausarzt die Möglichkeit gehabt, ordentlich untersucht und aufgeklärt zu werden. Hier ist jetzt das Problem, dass die Hausärzte oft rausgenommen sind. Man hat ein sehr unpersönliches System eingerichtet mit Impfteams und Impfzentren. Die Aufklärung ist rudimentärst, wenn ich das mal noch sehr vorsichtig formulieren darf. Viele vermuten dahinter System. Wie beurteilst du die Qualität der Aufklärung und der Voruntersuchung jetzt aktuell bei der Corona-Impfung? Also jede Aufklärung vor jedem körperlichen Eingriff, an solchen handelt es sich ja, ist zunächst mal Tatbestand einer Körperverletzung. Und nur aufgrund einer wirksamen Einwilligung ist er gerechtfertigt. Eine wirksame Einwilligung setzt aber voraus, dass ich vollständig und lückenlos aufgeklärt worden bin. Und das ist in Konkreto definitiv nicht der Fall. Es hätte darüber aufgeklärt werden müssen, dass gerade in den Seniorenheimen, wo Menschen jenseits von 80 Jahren geimpft worden sind. Und wie man heute hört, das ist erschütternd, auch ältere Menschen mit Vorerkrankungen, die dann nachher in der Presse kommentiert werden oder von der Regierung, naja, die wären sowieso bald gestorben. Das ist unerträglich, diese Kommentierung. Und wir erinnern uns ja daran, dass im Zusammenhang oder mit Corona eben genau das nicht gesagt wurde, sondern da wurden Vorerkrankungen und das Alter unerwähnt gelassen. Es wird auch nicht darüber aufgeklärt und auch nicht untersucht, was zwingend erforderlich wäre, ob möglicherweise bereits eine Infektionslage in einer Umgebung stattfindet. Dann ist es ein absolutes Verbot, in eine bestehende Infektionslage hineinzuimpfen. Das weiß Herr Wieler am besten und das ist ein steingemeißelter Lehrsatz aus der Veterinärmedizin. Und was macht man? Aktuell haben wir nach Auskunft des RKI eine, wie Sie es immer gerne nennen, dynamische Infektionslage. Wenn ich die habe, kann ich nicht impfen oder muss eine Infektion bei dem Impfling ausschließen. Darüber wird nicht aufgeklärt. Es wird auch nicht über die Wirkung aufgeklärt. Denn das RKI hat auf seiner Webseite ja nur verlautbart, dass diesbezüglich noch keine gesicherten Kenntnisse vorliegen. Und erschütternd für mich ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt, die gesagt haben, die Infektiosität, die bleibt weiter bestehen. Also ich bin geimpft und trotzdem kann ich Infektionen übertragen. Weiterhin ist ungeklärt und das müsste man fairerweise auch aufklären im Patientengespräch. Nichts zu der Langzeitwirkung. Warum nicht? Weitestgehend wurden Personen jenseits von 65 Jahren aus den Studien ausgenommen. Die Ermittlungen oder die Forschungen, soweit das uns bekannt ist, zum Beispiel mit BioNTech, fand mit 43.000 Personen statt, wovon 21.000 dann Placebos bekommen haben. Und es ist in unserer Anzeige ja ausgeführt, dass auch dort die Zahlen ja irritierend und nicht ganz transparent dargelegt worden sind. All das kann man in Detail in unserer Anzeige, die wissenschaftlich basiert ist, nachlesen. Also das heißt für mich, in einer juristischen Zusammenfassung, alle bisher erteilten Einwilligungen sind rechtsunwirksam, weil sie nicht vollständig und lückenlos waren. Und für alle Fälle, wo es zu einem Impfschaden gekommen ist, erfüllt das den Tatbestand der Körperverletzung. Jetzt ist es so, dass die Strafanzeige auch eine sehr detaillierte Auflistung enthält über die Risiken bei den verwendeten Impfstoffen, die diese mit sich bringen können. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Risiken zwar grundsätzlich bekannt seien, aber eben weder in Tierversuchen noch in ausreichenden Testphasen ausgeschlossen wurden. Zu diesen Risiken zählt unter anderem Lipid-Nanoartikel, die das Virusgen in die menschliche Zelle einschleusen, Vektortechnologie in Schimpansenviren, ungenügende klinische Studien, ungenügende Datenlage für Schwangere. Das sind natürlich alles Dinge und besonders das Letztere, die einen aufschrecken lassen müssten. Schließlich kommt noch dazu die Antikörperverstärkung, ADE. Und hier zitiere ich mal. Diese antikörperverstärkte Erkrankung ist ein Phänomen, das dazu führt, dass Menschen, die sich dann nach der Impfung mit dem entsprechenden Erreger auf natürlichem Weg infizieren, ein hohes Risiko für einen sehr schweren Verlauf mit Todesfolge haben können. Also allein diese kurze Aufstellung wird in der Strafanzeige sehr detailliert mit Quellen belegt. Und es gibt noch viele weitere Beispiele, die wir hier in diesem Format gar nicht aufführen können. Und jetzt ist meine Frage, was muss man einer Staatsanwaltschaft noch an die Hand geben, damit agiert wird? Ja, Tina, das wüsste ich auch mal gerne. Wir haben sämtliche Beweise vorgelegt und auch die Spur, die Herr Professor Bhakti verfolgt, ist nachvollziehbar und wissenschaftlich belegt. Warum man es trotzdem nicht macht, das hat ein Geschmäcksel für mich. Noch mal, der Staat wäre doch gut beraten, hier verlorenes Vertrauen wieder einzuholen und sagen, wir haben ein fundamentales Interesse daran, den Dingen nachzugehen. Tue ich es nicht, dann entsteht bei mir als Anwalt, da bin ich geprägt, immer der Verdacht, es gibt was zu vertuschen. Und wenn ich mir sicher bin, dass es zu keinen kausalen Zusammenhängen kommen kann, dann würde ich auch aufklären, die Karten auf den Tisch legen. Ja, ich kann mich nur anschließen. Also es ist belegt, dass im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Impfung Schädigungen und Todesfälle aufgetreten sind. Man bekommt eine ausgearbeitete Anzeige, die einen Riesenbereich an Informationen mit sich trägt. Und da muss man hinschauen. Also bitte, liebe Staatsanwaltschaft, es geht hier um uns, die wir geimpft werden sollen. Und ich empfinde es auch als eine Verpflichtung des Staates gegenüber den Bürgern, da seiner Sorgfaltspflicht, Fürsorgepflicht oder seinem Gewissen nachzukommen und uns nicht einer solch unsicheren Impfung auszusetzen. Jetzt ist die Frage, ist Hoffnung im Sicht? Einer israelischen Gruppe ist es gerade gelungen, am internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Klage gegen die eigene Regierung einzubringen. Und zwar bezieht man sich in dieser Klage auf den Nürnberger Kodex, der sich gegen Experimente an Menschen wendet. Israel, muss man dazu sagen, ist ein Land, das wirklich unter härtesten Voraussetzungen mit ganz vielen Einschränkungen der persönlichen Freiheit das Impfen durchsetzt. Und die tolle Nachricht, dieses Verfahren wurde angenommen, nicht wie von der Staatsanwaltschaft in Baden-Baden. Was ist der Unterschied oder was ist der Vergleich zwischen dieser Anzeige beim internationalen Gerichtshof in Den Haag und die Annahme und eben die Abweisung von der Staatsanwaltschaft in Baden-Baden? Naja, zunächst ist das mal beschämend und erhellend, dass also in Den Haag auf Grundlage der Anzeige, die aus Israel kommt, ein Verfahren eingeleitet wird, weil dort der Verdacht bejaht wird. Ansonsten würde in Den Haag nicht ermittelt werden. Und wenn man das mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft in Baden-Baden gegenüberstellt, auch da kommen ein gewisser Zweifel auf. Es ist für uns nochmal die Botschaft, auch nur der erste Schritt, die Schwäche unserer ersten Anzeige, das mag sein, hat daran gelegen, dass wir keinen konkreten Impfschaden präsentieren konnten. Deshalb die Aufforderung, konkrete Impfschäden zu melden, die dann untersucht werden können. Und noch ein Tipp oder eine Einladung in Richtung jetzt geguckt, Schadenersatz. Wir prüfen zurzeit sehr intensiv die möglichen Schadenersatzansprüche und haben Rechtsgrundlagen entdeckt, die sowohl eine Haftung bejahen gegenüber den Herstellern, trotz dieses immer wieder in der Öffentlichkeit kommunizierten Haftungsausschlusses. Diese Haftung ließe sich nicht ganz ausschließen. Aber wir haben auch Anspruchsgrundlagen gefunden, die sich gegen die Impfärzte richten könnten, weil die Aufklärung eben nicht vollständig und richtig war. Und das scheint mir ein ganz interessanter und greifbarer Aspekt zu werden. Erforderlich ist natürlich für alle, die sich impfen lassen, die wesentlichen Punkte zu dokumentieren, worüber wurde ich aufgeklärt, mir eine Durchschrift begeben zu lassen und möglicherweise auch meine Fragen, die ich gestellt habe, dokumentieren. Dann ist wichtig, dass ich mir Namen des Arztes oder der Ärztin notiere. Dann kann ich nachher Haftungsansprüche gegen den Arzt, der ja eine Vermögenshaftpflichtversicherung hat, geltend machen. Das sind wertvolle, wertvolle Tipps. Dokumentiert, schreibt mit, notiert euch, was im Aufklärungsgespräch passiert. Wenn wir jetzt mal zum RKI blicken, kommt von dort der Hinweis, dass in Zukunft wohl verstärkt obduktiert werden soll bei Verdachtsfällen. Werden hier jetzt Nebelkerzen gezündet oder gibt es wirklich Grund zur Hoffnung mit dieser Anweisung des RKI? Ich glaube, das ist eine Sprechblase. Wenn man das wirklich wollte, würde ich sofort eine Verordnung, und das wäre Herr Spahn, in Kraft setzen. Er ist ja jetzt Verordnungsgeber und würde sagen, es wird jetzt lückenlos auf jedem Totenschein danach gefragt, ob eine Impfung stattgefunden hat. Nur so ist eine Aufklärung möglich. Ansonsten kommt kein Verdachtsfall überhaupt auf irgendeinen Seziertisch. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, wo vertuscht wird. Wenn das wirklich ernst gemeint wäre, dann sollte Herr Wieler zusammen mit Herrn Spahn, man trifft sich ja häufiger, schleunigst, und das geht schnell, eine entsprechende Verordnung auf den Weg bringen. Und erst dann wäre es für mich glaubwürdig. Also ich kann wirklich nur mich erst mal bedanken für den Überblick. Und ich kann wirklich nur empfehlen, wir haben die Strafanzeige hier unter dem Video verlinkt. Jeder kann da reinschauen und sollte sich einmal selbst einen Blick machen, was hier alles angeführt wurde, und in sich gehen. Und ganz arg wichtig, bitte teilt auch unsere Beiträge, gerade mit dieser Thematik, wo es nicht mehr nur darum geht, dass man eventuell am Schluss ein Bußgeld erhält, sondern wirklich körperliche Folgen erleiden kann. Emma, ich bedanke mich. Kannst du uns noch einen kurzen Ausblick geben? Wie sieht es aus? Was meinst du, was muss geschehen, damit diese berechtigten Sorgen von uns Bürgern endlich mal gehört werden und nicht innerhalb von einem Tag vom Schreibtisch von Staatsanwalten kommen, Staatsanwaltschaften kommen? Ja, ich bin von den Anwälten für Aufklärung, und dafür stehe ich ein. Ich würde mir wünschen, dass diese Thematik offen und kontrovers auch in den Leitmedien geführt wird. Und wir als Bürger sind klug genug, um dann eine freie Impfentscheidung treffen zu können. Und abschließend, wir bleiben da am Ball. Wir versuchen mit unserer Aufklärung a, das Ziel zu erreichen, dass mehr Menschen sich Gedanken machen. Das ist ein Beitrag. Aber auf der anderen Seite möchten wir auch dafür sorgen, dass durch unsere Aufklärung die Verantwortlichen nachher nicht mehr sagen können, wenn wir das gewusst hätten. Wir wollen also auch eine gewisse Bösgläubigkeit bei den Entscheidungsträgern herstellen. Denn wenn dann trotzdem die Anweisung kommt, sich impfen zu lassen, ich denke schon einen Schritt weiter in Richtung direkter Impfzwang, Impfpass, das sind ja alles Zwangsmaßnahmen, die de facto so wirken, wie jetzt in Israel auch, woher die Botschaften kommen, mein Leben ist beendet, weil ich nur noch mit Impfausweis rein kann. Aber ich habe Vorerkrankungen, ich kann mich nicht impfen lassen. Dagegen werden wir entschieden weiterkämpfen und werden da auch nicht nachlassen. Und dazu gehört Aufklärung in alle Richtungen. Auch, dass wir die Entscheidungsträger bösgläubig machen. Wir werden weiter an Anzeigen arbeiten. Wir werden weiter dafür sorgen, dass aus dem Arbeitsleben Arbeitnehmer keine Nachteile erleiden, wenn sie sich nicht impfen lassen können oder wollen. Und wir werden uns dagegen wehren, wie es zurzeit schon in Mode gekommen ist, dass Arbeitgeber Impfprämien aussprechen. Das ist eine indirekte Diskriminierung von denjenigen, die es nicht wollen. Es werden für die Erstimpfung, das liegt hier vor von einem, ja auch wieder religiösen, katholischen Träger, die eine Prämie ausgesprochen haben. Ich will freie Impfentscheidungen. Ich möchte ohne moralischen, sozialen Druck und erst recht nicht durch eine gesetzliche Grundlage in den Impfzwang hineingeführt werden. Das darf jeder und soll jeder nach guter Aufklärung für sich entscheiden. Das gebietet auch der Respekt vor der Menschenwürde. Ja, ich kann nicht zum reinen Objekt irgendeiner Impfkampagne werden, die offensichtlich in die falsche Richtung läuft. Und der Flaschengeist, der jetzt entwichen ist, eben durch die Ankündigung von Frau Merkel, die Pandemie ist erst vorbei. Und damit alle Maßnahmen, wenn alle durchgeimpft sind, das ist ein unglaublicher Druck, den sie da aufgebaut hat. Und ich denke, das werden wir weiter kritisch beobachten. Wir bleiben dran. Und dann auch noch weltweit. Also da war ich, jetzt bezieht sich es nicht nur auf Deutschland, sondern auf die ganze Welt. Und bevor das nicht geschafft ist, leben wir in dieser absurden Normalität, die uns vorgegeben wird. Elma, ich bedanke mich herzlichst bei dir für deine Zeit. Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn ihr das Video jetzt gesehen habt und eben schon eigene Erfahrungen mit Impfungen habt, lasst uns bitte teilhaben. Ihr dürft es gerne unten in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht bitte, unser Interview zu teilen und zu liken. Ihr dürft uns auch gerne eine Spende da lassen. Genauso sind wir weiterhin in der Lage, all diese Informationssendungen für euch an den Start zu bringen. Elma, ich bedanke mich von Herzen bei dir. Danke für deine unermüdliche Arbeit, auch an die ganze AFA. Und ich gehe davon aus, dass wir uns bald wiedersehen hier im nächsten Klagepaten-Interview. Würde mich freuen. So, ich bedanke mich bei euch da draußen. Und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung von Klagepaten-TV wieder begrüßen zu dürfen. Macht es gut bis dahin. Eure Tina. Eure Tina. Eure Tina. Vielen Dank.